Stundenlange Wartezeiten, mieser Service, Koffer weg, der wahre Grund für das Chaos an unseren Flughäfen. Ein Tag Urlaub weg? Wer gibt mir die Zeit zurück? Was im Urlaub wirklich auf uns zukommt und wie Sie sich schützen können. Und mit nur einer Tankfüllung nach Kroatien. Wie Sie bis zu 200 Euro Sprit sparen. Morgen in Extra, 22.35 Uhr.